Harry Potter Fans aufgepasst, es gibt eine neue tolle Aktion bei Amazon, wo ihr euch die Filme aus dem Harry Potter Universum günstig in eure Sammlung holen könnt. Dazu gibt es noch ein paar weitere neue Aktionen, die wir uns auch kurz anschauen werden. Aber selbstverständlich beginnen wir jetzt erst einmal mit Harry Potter und der Stein der Weißen. Zum 20-jährigen Jubiläum erschien der Film ja in einer Neuauflage inklusive Magical Movie Modus. Ich habe euch das Ganze präsentiert in Form des Stelebooks, das gibt es hier auch im Angebot. Aber wir gehen es jetzt einzeln einmal durch. Wir haben zum einen die DVD für 6,47, dann die Blu-ray für 7,97. Dann haben wir hier noch ein tolles Angebot für alle Fans von 3D. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 und 2 gibt es jetzt hier in diesem Double Feature mit der 3D-Version für 11,97 Euro. Dann haben wir die 4K-Scheiben von Harry Potter, alle reduziert auf 13,47 Euro. Manche sogar noch günstiger auf 12,97 Euro. Also wer hier upgraden möchte auf 4K, der kann dann mal überlegen, ob das jetzt preislich für ihn attraktiv wäre oder nicht. Auf jeden Fall preislich attraktiv das 4K-Steelbook, welches ich euch, wie eingangs schon erwähnt, auf meinem Kanal bereits präsentiert habe. Guckt mal in die Infobox, ich werde euch das Ganze verlinken. Da müsst ihr dann nur einmal draufklicken und seht, was euch hier erwartet. Und für 18,47 Euro kann man da definitiv nicht viel falsch machen. Dann ist auch eine neue Harry Potter 8-Filme-Kollektion erschienen, inklusive des ersten Teils mit dem Magical Movie Modus. Auch das wurde reduziert auf 26,97 Euro in der Blu-Ray-Version. Günstiger wird es sogar noch bei den DVDs für 21,97 Euro. Dann haben wir Harry Potter Complete Collection in der 4K-Version für 69,97 Euro. Also das ist natürlich preislich attraktiver, als sich die Teile einzeln zu kaufen. Und auch natürlich platzsparender. Dann haben wir noch diesen Harry Potter Complete Collection Hogwarts-Zug für mittlerweile 83,97 Euro. Wenn ich bedenke, dass der mit 229 Euro gestartet ist, dann sieht man, wie schnell der im Preis gefallen ist. Also das ist schon richtig krass. Außerdem haben wir natürlich fantastische Tierwesen. Und wo sie zu finden sind im Angebot, die dürfen nicht fehlen. Die DVDs gehören ja zum Potter-Universum, auch wenn sie niemals an die Qualität der Original-Reihe rankommen. Aber dennoch kann man da ja einen Blick drauf werfen und sich verzaubern lassen. Und hier haben wir auch die DVDs, die Blu-Rays, die 3D-Blu-Ray, reduziert auf 9,97 Euro, sowie auch die 4K-Versionen. Und dann gibt es noch die Wizarding World 10 Movie Collection. Und die wurde hier auch in der Blu-Ray-Version drastisch reduziert auf 39,97 Euro. Und hier alle bisher veröffentlichten Filme platzsparend und auch Geldbeutel schonend. Und hier für 39,97 Euro, da kann man definitiv nicht meckern. Auch wenn natürlich jetzt dann bald Dumbledores Geheimnisse, also fantastische Tierwesen 3 rauskommen wird. Also für Potter-Fans ist das natürlich eine tolle Geschichte. Dann haben wir noch ein paar Action-Filme auf DVDs und Blu-Rays reduziert. Da muss ich sagen, sind die Preise jetzt etwas weniger attraktiv. Also so ein richtig tolles, knackiges, super-duper-Angebot habe ich jetzt hier nicht gefunden. Alles Filme, die es schon in diversen Aktionen gab und teilweise auch günstiger. Das muss man ganz ehrlich sagen. Gut, es gibt immer wieder neue Sammler und die haben noch nicht alles. Aber für so ältere Hasen, wie ich jetzt einer bin, ist da jetzt weniger dabei. Vielleicht attraktiv, Best Hill Day mit Idris Elba hier im Stierburg vom Studiokanal. Für 8,97 Euro ist ein geiler Streifen. Da geht es um einen Amerikaner, der sich als Taschendieb durch Paris durchschlägt, dann aber beschuldigt wird, einen Terroranschlag gemacht zu haben. Das ruft der CIA-Agent, gespielt von Idris Elba hier, auf den Plan. Er soll ihm das Handwerk legen, aber dabei stellt er fest, dass da eine große Verstörung, eine verstörende Verschwörung im Gange ist. Und so versuchen sie das Ganze aufzudecken, bevor der neue, der nächste Anschlag getätigt wird. Hier nur noch ein Stierburg, also wenn ihr euch dafür interessiert, müsst ihr schnell sein. Des Weiteren haben wir Box-Sets reduziert. Da sind auch viele deutsche Produktionen diesmal mit dabei, insgesamt 134 Artikel, die hier gelistet sind, wie zum Beispiel, und tschüss, die Komplettbox, 4 PS starke Ruhrpott-Kult-Komödie. Dann gelten immer noch diese Aktionen, die schon am 18.04. gestartet sind, Horrorfilme reduziert, wie zum Beispiel Scream oder auch A Quiet Place. Und Scream 5 oder Scream 2022 habe ich mir jetzt angesehen. War okay, aber da sind so viele Sachen zum Haare raufen wieder dabei, wenn man denn welche hat. Allein schon die eine Szene, wo es heißt, auf die Party, das Bier geht uns aus, das ganze Haus voller Jugendlicher, die alle feiern und saufen möchten und was macht sie? Sie geht in den Keller und kommt mit zwei 033 Dosen Bier zurück. Das rettet definitiv die Party. Tja, genau mein Humor. Dann haben wir noch Last Boy Scout reduziert. Habe ich euch ja zuletzt auch präsentiert. Seit hier schon DVDs und Blu-rays, die Aktion startete am 25.04. geht bis zum 15.05. und wer da noch nicht vorbeigeschaut hat, kann es immer noch ganz entspannt tun. In diesem Sinne, danke fürs Zugang, meine Freunde. Auf bald und Servus. Ich habe mir den einen Satz verkniffen. Bin stolz auf mich. Haha.